Hallo, heute bringe ich Informationen über das Medikament Beta-Serg auf vereinfachte Weise. Wofür ist Beta-Serg gut? Beta-Serg, auch bekannt als beteischt in Dichlorohydrate, wird verwendet, um Meniere-Syndrom zu behandeln. Dieses Syndrom ist gekennzeichnet durch Symptome wie Schwindel, Schwindelgefühl mit Unwohlsein, begleitet von Übelkeit oder Erbrechen, Klingeln in den Ohren und Verlust oder Schwierigkeiten beim Hören. Schwindel tritt auf, wenn ein Teil des Innenohrs, der für das Gleichgewicht verantwortlich ist, nicht richtig funktioniert. Wie verwendet man Beta-Serg und was ist die Dosierung? Beta-Serg, das beteischt in enthält, wird als Analogon von Histamin klassifiziert. Es verbessert die Durchblutung im Innenohr und reduziert den angesammelten Druck. Dieses Medikament hilft, die Symptome von Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Tinnitus im Ohr zu verbessern. Die Verbesserung kann einige Wochen dauern, um beobachtet zu werden, mit den besten Ergebnissen, die nach einigen Monaten erhalten werden. Es ist wichtig, die ärztliche Verordnung zu befolgen. Die empfohlene Dosierung für Erwachsene ist Beta-Serg 16 mg, halbe oder eine Tablette, dreimal täglich oder Beta-Serg 24 mg, eine Tablette, zweimal täglich. Wenn Sie mehr als eine Tablette pro Tag einnehmen müssen, verteilen Sie die Dosen über den Tag. Nebenwork Engine Wie jedes Medikament kann Beta-Serg Nebenwirkungen verursachen, obwohl sie nicht bei jedem auftreten. Häufige Nebenwirkungen sind Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Unwohlsein und Übelkeit. Andere Nebenwirkungen können Magenprobleme wie Erbrechen, Bauchschmerzen und Blähungen sein. Es ist wichtig, Ihren Arzt über alle Nebenwirkungen zu informieren, die Sie bemerken. Contra-Indicationen Verwenden Sie Beta-Serg nicht, wenn Sie zu Beteiligten oder irgendeinem Bestandteil des Produktes allergisch sind. Wenn Sie bestimmte medizinische Bedingungen wie ein Tumor der Nebenniere namens Pheochromocytoma haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Medikament verwenden. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Beta-Serg verwenden, wenn Sie Magengeschwir oder Asthma hatten. Wenn Sie schwanger sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Arzneimittel verwenden. Art Niemid of the Workagen Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen, einschließlich rezeptfreier und pflanzlicher Arzneimittel. Aberdecerum Im Falle einer Überdosierung suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf. Vergessen der Dosis Wenn Sie eine Dosis verpassen, nehmen Sie es, sobald Sie sich erinnern, nach dem üblichen Zeitplan. Nehmen Sie keine doppelte Dosis, um die verpasste Dosis zu kompensieren. Düsamant sezung des Arzneimittel Jede Beta-Serg-Tablette enthält beteiligständig Chlorohydrat und andere Hilfsstoffe. Denken Sie daran. Die bereitgestellten Informationen sind informativ und ersetzen keine medizinische Überwachung. Wenn Sie unter dem Klingeln in Ihren Ohren leiden, wissen Sie, dass es Hoffnung gibt, dieses Unbehagen zu überwinden. Wir haben Material, das helfen kann, nützliche Informationen und Anleitung zu geben, um mit dieser Bedingung umzugehen. Besuchen Sie den Link in der Beschreibung oder den ersten Kommentar für weitere Details und beginnen Sie Ihre Reise in Richtung Erleichterung vom Klingeln in Ihren Ohren. Lassen Sie Tinnitus nicht Ihre Lebensqualität beeinflussen. Klicken Sie jetzt und finden Sie heraus, wie Sie diese Situation effektiv angehen können. Lassen Sie Tinnitus nicht Ihre Lebensqualität beeinflussen.